Wie kriegen wir das wirtschaftlich angeschlagene Europa wieder auf die Beine? Dass wir dafür keine Corona- oder Euro-Bonds wollen, das steht für uns fest. Die wären nicht nur unsolidarisch, sondern nicht zielführend. 540 Milliarden Euro standen bislang für die Bekämpfung der Corona-Folgen in Europa zur Verfügung. 500 Milliarden Euro sollen jetzt durch die Mitgliedstaaten aufgrund des deutsch-französischen Planes hinzukommen. Nicht für marode Staatshaushalte, sondern ausdrücklich zweckgebunden für Digitalisierung, für Projekte im Klimaschutz, für eine wirtschaftliche Erholung bei unseren europäischen Nachbarn. Das Ganze zeitlich befristet und unter strenger Kontrolle der EU-Kommission und des Europäischen Rechnungshofes. Die Gelder werden als Zuschüsse bewilligt. Und wichtig für die Mitgliedstaaten, die Beitragszahlung erfolgt nicht in Einmalbeträgen, sondern wird über einen längeren Zeitraum durch erhöhte Beiträge zum EU-Haushalt geleistet. Deutschland wird mit etwa 125 Milliarden Euro dabei sein. Das entspricht der wirtschaftlichen Stärke der deutschen und des deutschen Beitragsanteils zur Europäischen Union. Geld, für das wir ein entsprechendes Gegeninteresse haben. Der Exportweltmeister Deutschland lebt vom vereinten Europa und nur gemeinsam werden wir im internationalen Wettbewerb mit den USA oder mit China bestehen. Nicht mehr alleine in nationalen Grenzen zu denken, sondern europäisch und solidarisch, das ist Ziel der Union. Und deswegen ist das eine gute Initiative für das Vereinigte und gemeinsame Europa. Und deswegen ist das eine gute Initiative für das Vereinigte und gemeinsame Europa. Wir wollen es zum nächsten Mal. Du bist kickst der Pfle.